Oh, was haben wir denn hier? Ein Tagebuch. Ja, mach halt auf. Was geht hier vor? Der Stuhl hat eine Vibratorfunktion. Wieso denn das? Tagebuch einer Frau. Stimmt, deshalb hat er eine. Der letzte Eintrag in diesem Tagebuch mit unsicherer Hand geschrieben. Nee, das ist, weil die auf dem Stuhl saß. Deshalb zittert die. Da ist irgendwas in dem Haus. Ich kann es nicht sehen, aber ich spüre deine Anwesenheit. Mädel, komm von dem Stuhl runter. Komm schon. Das ist ein fieser Prank.